Heute gibt es leckere vegetarische Wraps und dazu brauchen wir Biotofu und hier für die Ladies Thunfisch aus dem Glas und einen Mandeltrink und hier Reispapier. So, dieser kommt auf den Mini-Römer-Salat. Hier 50 Gramm Erdnussmus für einen Dip und jetzt hier eine Bio-Zitrone, schön hässlich und 3 Esslöffel davon und Sojasolz 3 Esslöffel und Mandeltrink 100 ml. Alles zusammenrühren, in den Kochtopf kurz umrühren, heiß machen und abkühlen lassen. Und jetzt Bio-Kokosfett, 3 Teelöffel zum Anbraten vom Tofu, die Karotte schön rasperlen und hier ein bisschen Pfeffer drüber und schöne kleine Lauchscheibchen und schön portionieren. Und Biotofu, der wird trocken gelegt, schön fein aufgeschnitten und ab ins Kokosöl. Und hier lauwarmes Wasser, Mini-Römer-Salat, China-Kohl waschen und hier schon mal, jetzt kommt hier der Thunfisch für die Ladies und jetzt kommt das Reispapier ins lauwarme Wasser. 30 Sekunden einweichen und hier der Gemüse-Dip auf den Mini-Römer-Salat und Reispapier raus. Trockentupfen, den gesamten Belag drauf. Ja, Lauch und hier Karotten. Yes! Und hier Tofu drauf. Lecker! Und zumachen, schön zubekellen, komplett schön zumachen und jetzt, Chef probiert natürlich. Uh, schmeckt, bin mal gespannt, wie diese Ladies schmeckt. Und Ladies, wie sieht's aus? Na, wie sieht's aus? Was ist? Lecker? Lecker. Wie lecker? Sehr lecker. Extrem lecker. Lecker, 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 lecker. Und der Chef, was meint der? Hm, was jetzt? Gut? Hm, na also, geht doch, lecker Sonntagmenü.